Wir stehen hier im Herzen von Stadt Soledurn am Stall der Zähne vor dem Optik-Schönauer, der bekannt ist als Fachgeschäft für sämtliche Brillenarten. Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Schauen wir doch am besten gleich zusammen. Bei mir ist der Geschäftsinhaber Edgar Schönauer. Herr Schönauer, was macht euch ein Unternehmen so attraktiv? Als diplomierten Optiker lege ich sehr grossen Wert auf das Optische. Wenn jemand einen Brauen kauft, will er gut sehen. Das ist das Wichtigste, dass er die richtigen Gläser bekommt, richtig beraten wird. Ich glaube, das ist etwas, das die Leute bei mir schätzen. Die Arbeit besteht natürlich nicht nur hier unten mit Brüllen zu verkaufen, sondern wir werden die Brüllen auch anfertigen. Wir haben die Gläser, die wir ausmessen. Dann werden die Gläser am Schluss geschliffen. Eine spezielle Handarbeit ist am Schluss noch beim Finish, dass die Gläser wirklich richtig drin sind und nicht rausgefallen. Braucht ihr eine neue Brülle mit der perfekten Brüheglasbestimmung oder eine trendige Sonnenbrülle, kann ich euch der Optik Schönauer mit seiner kompetenten Beratung bestens empfehlen. Ich bin die Guide von Soledun, Karin Gehrig.